Herzlich Willkommen zu einem neuen Studium bezüglich der Lehren unseres Heilandes Jesus Christus. Wir haben heute das elfte Thema und das ist überschrieben der Sabbat. Wir haben in unserer letzten Stunde gesehen, dass wir uns ums Gesetz Gottes uns beschäftigt haben und wir haben etwas deutlich festgestellt, dass das Gesetz Gottes gegeben wurde für den Menschen, um sein Leben zu lenken. Wir haben gesehen, dass als Gott die Gebote schrieb mit seinem eigenen Finger auf dem Berge Sinai, er sie auf zwei Tafeln schrieb. Und als dann Moses die Tafeln zerbrochen hatte, schrieb er sie noch einmal auf zwei neue Tafeln, die jetzt Mose gemacht hatte. Aber sie waren trotzdem mit seinem eigenen Finger geschrieben. Und wir haben letztes Mal versucht klarzumachen, welches der Unterschied ist zwischen diesen zwei Tafeln des Gesetzes. Damit wir uns das nochmal bewusst werden, wollen wir uns das nochmal kurz anschauen. Wir sehen also, dass wir haben die erste Tafel, die Gott gibt, die ist die Tafel, die das Verhältnis des Menschen zu Gott beschreibt. Und diese Tafel hat vier Gebote. Und wir haben gesehen, dass unsere Liebe zu Gott nicht darin besteht, dass wir ein emotionales Verhältnis zu ihm haben, sondern ein Verhältnis des Nehmens, des Holens. Wir gehen zu Gott nicht, weil er uns braucht, nicht weil wir ihm einen Gefallen tun wollen, sondern wir gehen zu ihm, weil wir ihn brauchen. Und so haben wir die ersten drei Gebote letztens deutlicher betrachtet. Und heute wollen wir uns um das vierte Gebot im Einzelnen etwas näher anschauen. Wir haben gesehen, dass die zweite Tafel gegeben wurde, nicht, dass der Mensch vom Menschen etwas nimmt, so wie er das von Gott tut, sondern dass er seinem Mitmenschen etwas gibt. Das heißt, er sollte von Gott lernen, wie er dem Menschen dient. So ist Gott die Quelle aller Kraft, die wir brauchen, aller Weisheit. Und wir nehmen sie von hier und wenden sie hier an unsere Mitmenschen an. Es gibt eine klare Regel, die auch dieses Verhältnis beschreibt. Wir können unsere Mitmenschen nicht lieben, wenn wir Gott vorher nicht lieben. Wenn wir von Gott die Liebe nicht gelernt haben, dann ist es für uns unmöglich, den Menschen zu lieben. Das heißt, wir müssen die Liebe zuerst lernen, bevor wir sie an den Menschen weitergeben. Und jetzt setzt sich natürlich die Frage, ein Gebot von diesen zehn Geboten scheint völlig anders zu sein und hat einen anderen Charakter wie alle anderen. Und das ist das vierte Gebot in der ersten Tafel. Und wenn das Gesetz Gottes schon immer ein Kampf war für Satan, dass er wollte die Menschen vom Gesetz trennen, so war dieses vierte Gebot doch etwas, was ihn sehr daran lag, es zu verändern, es den Menschen nun wichtig darzustellen. Und es blieb über die Geschichte immer wieder ein großer Streitpunkt. Ja, bis heute ist es unter den Christen noch nicht klar, was es mit dem Sabbatgebot auf sich hat. Und auch heute ist dieses Gebot und wie auch das zweite Gebot ein großer Kampf, der da existiert. Wir wollen uns aber deshalb heute die Frage stellen, was hat es auf sich mit diesem so ein bisschen anderen Gebot wie alle anderen. Schaut, es gibt kaum eine Schwierigkeit zu interpretieren, was die letzten sechs Gebote sagen. Da gibt es in jeder Kultur, egal, man könnte sagen, auch in jeder Religion, Ehre Vater und Mutter, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und du sollst nicht begehren, das, was nicht zu dir gehört. Diese Tafel bringt keine großen Kontroversen überhaupt in der Christenheit zustande. Sie befinden sich sogar unter denen, die Gott ablehnen und sagen, es macht Sinn, diese Gebote, weil sie regeln das Verhältnis des Menschen mit dem Menschen. Aber dort, wo es um das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen geht, da ist natürlich der Kampf. Und da ist die Hauptattacke, weil kann man das hier null und nichtig machen, dann ist man sicherlich hier auch dort, dass man es nicht erfüllen kann. Man kann diese Dinge erfüllen unter guten Bedingungen. Man stiehlt nicht, wenn man alles hat. Man lügt nicht, wenn man nicht in der Not ist. Aber dann, wenn die Not kommt, dann hat man keine Chance, das irgendwie anders zu machen, wie man es vom eigenen Ich gelernt hat. Und wenn man dort dann die erste Tafel, die Beziehung zu Gott nicht hat, dann ist man völlig aufgeschoben. Deshalb ist es verständlich, dass der Kampf sich primär in unserer Beziehung zu Gott abspielt. Deshalb werden wir sehen, dass, oder sehen wir in allen Religionen die Auseinandersetzung ist, nicht im praktischen Leben letztendlich untereinander, sondern das Gottesbild, das Verhältnis zu Gott. Dort ist der Kampfansatz. Weil hier geht es dem Bösen, kommen wir zu Gott hin, haben wir jegliche Möglichkeit, auch das Leben zu haben und die zweite Tafel zu erfüllen. Kommen wir aber nicht zu Gott hin, sind wir dort unterschiedlicher Meinung, sind wir alle, werden wir halt von Gott getrennt und können das Ziel, was Gott sich mit uns vorgenommen hatte, nicht erreichen. So, deshalb wollen wir uns ein wenig näher uns der Frage nach dem Sabbat stellen. Das Erste, was mir wichtig ist, insgesamt in allen Dingen ist, dass wir verstehen, den Sinn einer Sache. Damit wir dann verstehen, wie muss es gefüllt werden. Wir müssen verstehen, was ist der Sabbat? Warum hat ihn Gott gemacht? Was sollte er für einen Zweck erfüllen? Damit wir dann verstehen, was wir mit ihm anfangen. Wenn man nicht weiß, wozu man ein Werkzeug braucht, dann weiß man auch nicht, was man damit tun soll. So, weiß ich aber, das Werkzeug ist für diese Sache, dann weiß ich, wie ich es anwenden soll. Weiß ich aber nicht, wofür es ist. Weiß ich nicht, wofür es gut sein soll. Macht es keinen Sinn, es zu haben, dann führt es auch nicht zu einer sinnvollen Anwendung. Und so haben wir traurige Beispiele von der Anwendung des Sabbats, wo man den Sinn nicht verstanden hat. Ich denke immer, das hat alles im Leben eine Ordnung. Und verstehen wir nicht den ersten Punkt, den ersten Schritt, wie sollen wir den zweiten Schritt verstehen? So, ich muss zuerst die Sinnfrage, den Zweck klären, damit ich dann weiß, wie ich das Ganze anwenden soll. Wenn ich denke, ich weiß den Zweck, und er ist falsch, dann wende ich das Ganze wiederum falsch an. Und die Juden geben uns hier ein gutes Beispiel, wie man Sabbat nicht verstehen soll. Sie haben den Sabbat zur Zeit Jesu und auch schon davor so gehalten, dass er für den Menschen eine Last war, dass er voller Verbote aufgestellt war. Der Sabbat war nicht und widerspiegelte nicht seinen Sinn und seinen Zweck, für den er Gott gegeben hatte. Und damit hielten sich zwar die Juden für Sabbathalter, aber letztendlich waren sie Brecher des Sabbats. So kann man also ein Gebot nach außen hin anscheinend des Buchstabens nach richtig halten, während man es dennoch übertritt, weil man den Inhalt, den Geist, den Zweck des Ganzen nicht verstanden hat. So, deshalb möchte ich, dass wir uns in diesen paar Minuten mit dem Zweck, wir wollen den ersten Schritt gehen, damit wir dann wissen, wie sollen wir den zweiten Schritt gehen. Und wir können den ersten Schritt gehen, indem wir uns die Frage stellen, Herr, warum hast du den Sabbat überhaupt gemacht? Was war der Gedanke, der dahinter steckt? Was war der Sinn? Wozu hast du ihn gemacht? So, lasst uns auch da wiederum diese Frage uns stellen und sie auch aufschreiben, weil es immer gut ist, wenn wir uns das bildlich vor Augen führen. So, der Sabbat, er hat zwei Sachen. Einmal brauchen wir, wir müssen seinen Sinn verstehen. Seinen Zweck. Und auf der anderen Seite müssen wir verstehen, wie soll er angewendet werden. So, was soll ich am Sabbat tun? Das ist hier das Tun und hier ist sozusagen die Ursache des Tuns. Ich muss also wissen, warum tue ich, was ich tue. Es muss einen Sinn haben, was ich mit dem Sabbat anfange. Deshalb lasst uns schauen, was Gott sagt in seinem Wort. Was ist der Sinn des Sabbats? Warum hat er ihn gemacht? Wir finden im ersten Buch Moses, ganz am Anfang nach der Schöpfung, finden wir dort im zweiten Kapitel, ab Vers 1, die Verse, die sagen, So wurde der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer, und Gott hatte am siebenten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebenten Tage von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. So, wenn man das Ganze jetzt nur auf diese paar Texte betrachtet, dann hat der Sabbat etwas damit zu tun, dass etwas fertiggestellt wurde. Es steht hier, und Gott hatte am siebenten Tage sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. So, der Sabbat steht also am Ende einer Wirkungsperiode. Der Sabbat ist sozusagen eine Krönung, eine Vollendung des Werkes. Es steht nicht am Anfang, er steht am Ende. Man könnte sagen, es ist sozusagen der Stempel des ganzen Werkes. Es ist vollbracht, es ist vollendet, jetzt ist Sabbat. So, der erste Punkt, der erste Ursache, wo ich der erste Zweck des Sabbats, er ist ein, er steht am Ende einer Vollendung. Man könnte sagen, er ist ein Stempel oder ein Siegel, eine Arbeit. Er besiegelt, er beendet die ganze Sache. Er steht am Ende. Nach ihm kommt nichts mehr. Er steht am Ende. Er ist das Siegel, er ist die Vollendung eines Werkes. Und was tut man, wenn das Werk vollendet ist? Was ist das Tun, wenn die Sache vollendet ist? Es ist ein sogenanntes Ruhen. Gott ruhte. Man könnte sagen, man hat etwas getan und man ruht sich aus. Ein Ausruhen. Man kommt zum Ende einer Arbeit und es folgt die Ruhepause, die nach der Arbeit kommt. So könnten wir das aus diesen drei Versen herauslesen. Und Gott hatte am siebenten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte und er ruhte am siebenten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er machte. So, nachdem er nun das Werk vollendet hat und seine Ruhe an sich nahm, tat er noch etwas Besonderes mit dem Sabbat. Er heiligte ihn und er segnete ihn. So, er setzte ihn sozusagen als Monument zur Seite. wir feiern nicht den ersten Tag, nachdem Gott das Licht von der Finsternis schied. Wir feiern nicht die Schöpfung am ersten Tag der Erde. Wir feiern am Ende das gesamte Werk. Deshalb müssen wir nicht feiern, wann die Vögel geschaffen wurden, wann die Bäume gemacht wurden, wann das Meer entstand und all diese Dinge. Erst am Ende, wenn alles vollendet ist, wird es geheiligt, wird es zur Seite gelegt. Deshalb macht Gott etwas mit dem Sabbat in zwei Dingen. Er segnet ihn und er heiligt ihn. Das heißt, er macht ihn zu etwas, was man besonders beachten sollte. So können wir davon ausgehen, dass der Sabbat, wenn wir die ganze Schrift sehen, wiederholt wurde, Woche für Woche, in Eden, solange Adam und Eva in Eden waren. Aber auch danach war er ein Tag, an dem man sich erinnerte, den man heiligte, der zur Seite gelegt worden war von allen anderen Tagen. Das Ganze ging natürlich verloren durch die Gefangenschaft, durch die heidnischen Einflüsse in Ägypten und so als Gott sie aus Ägypten gebracht hat, dann erklärt er ihnen die zehn Gebote aufs Neue und in diesen zehn Geboten findet man auch diesen Sabbat der Schöpfung. Und hier steht dann im Abvers 8 im Kapitel 20 von 2. Mose Gedenke an den Sabbatag und heilige ihn. Das heißt, erinnere dich, der Sabbat ist zur Seite gelegt, er ist heilig. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist und er ruhte am siebenten Tage. Darum hat der Herr den Sabbatag gesegnet und geheiligt. So ist also ganz deutlich, wie Gott hier auf dem Berg Sinai und mit seinem Finger dieses schreibt, es geht, der Sabbat ist etwas Besonderes. Er ist schon deshalb besonders, weil es sozusagen von Gott als ein Geburtstag der Erde zur Seite gelegt worden war, zum Heiligen, zum Besondersein, zu einem Tag des Segens. Zu einem Tag des Segens. So, hier finden wir, dass Gott also den Sabbatag nicht für sich machte, sondern für den Menschen. Den Menschen gab es ja schon am Sabbat. Ein Mensch hat also, nachdem er geschaffen wurde, hat er ja, zunächst etwas arbeiten müssen, an dem Freitag seiner Schöpfung. Adam hat, nachdem er Leben hatte, wurde er von Gott sofort an seine Arbeit gesetzt und in seinen Dienst getan und als Adam verstanden hatte, welches sein Dienst war und nachdem Gott ihm eine Gehilfin gemacht hatte, die dem Dienst mitarbeiten sollte und ihm helfen sollte, diesen Dienst zu erfüllen, dann vollendete er das Ganze und drückt ihm sozusagen das Siegel dieses siebten Tages auf. Und der Mensch sollte diesen siebenten Tag in seiner wöchentlichen Abfolge besonders beachten, weil er einen besonderen Tag von Gott von vornherein gesegnet und geheiligt, abgesondert war von allen anderen Tagen, die Gott machte der Schöpfung. So, wir sehen also, der Sabbat ist also ein Zeichen einer Vollendung und es wird dem Menschen gemacht und um des Menschen Willen. Jesus sagt das sehr deutlich in Markus 2 27 und auch an sonstigen Stellen. Wir haben hier Markus 2 in der Lektion angegeben, Vers 27 und 28 und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen Willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats Willen. So, deshalb ist Jesus also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. So, der Sabbat, auch wenn Gott ihn eingeführt hatte und sozusagen vollendete sein Werk und ruhte in Anführungsstrichen an diesem Tag, so war diese Ruhe nicht für Gott gedacht, so hatte er Gott den Sabbat nicht gemacht, damit er etwas Besonderes hatte, sondern er hat den Sabbat gemacht, damit der Mensch etwas Besonderes erlebt, damit der Mensch eine besondere Erfahrung mit Gott an diesem Tag erfährt. Damit kommt wieder deutlich zum Ausdruck. Die erste Tafel des Gesetzes, wie auch alles, was Gott tut, nicht getan wird, um Gottes Willen, das heißt, nicht Gott braucht den Sabbat, er braucht auch keine Ruhe, wenn man es genau nimmt. Jesus sagte, mein Vater arbeitet und ich arbeite auch. Er braucht diese Ruhe nicht. Gott wird nie müde und matt, sagt die Schrift, er muss nicht ruhen, er braucht das alles nicht. Er tut es aber als ein Vorbild für den Menschen. Er will den Menschen etwas geben, weil Gott lebt nicht für sich, er lebt für seine Geschöpfe. So, die selbstlose Liebe ist völlig selbstlos, sie lebt nicht für sich selbst. Der Sabbat, die Institution, der Stempel der Schöpfung wurde gegeben, nicht, dass Gott in irgendeiner Weise einen Vorteil davon hatte, sondern der Mensch. So, es ist entscheidend zu verstehen, die Liebe schafft nichts für sich selbst. Die Liebe schafft alles zugunsten des Anderen. Die Liebe denkt nicht an sich selbst. So ist auch das Sabbat nicht gegeben, dass der Mensch Gott einen Gefallen tut, wenn er ihn hält. Der Mensch tut Gott keinen Gefallen, wenn er den Sabbat hält. Der Mensch tut Gott keinen Gefallen, wenn er nur ihn hat als Liebesquelle. Der Mensch tut Gott keinen Gefallen, wenn er nicht den anderen Götzen dient. Das tut er sich selbst einen Gefallen, wenn er das so tut. Weil der Mensch ist ein Wesen, das in Abhängigkeit lebt. Gott ist unabhängig. Der Mensch braucht Gott, nicht Gott, den Menschen. Das vergisst aber die Religion. Die meisten Religionen dieser Welt haben ein Gottesbild, in denen es darum geht, dass wir mit irgendetwas Gott befriedigen, dass wir vielleicht mit irgendetwas seinen Zorn stillen, weil wir meinen, wir könnten ihn zürnen. So rede ich häufig mit Menschen, die dieses Bild von Gott haben, die zu Gott kommen, um Gott einen Gefallen zu tun. Das ist eine Fehlerkenntnis, ist ein Irrtum. Gott braucht uns nicht. Er hat uns aber gemacht und er hat uns die Mittel zur Verfügung gestellt, die uns zum Segen sein sollen, die uns etwas bringen sollen, nicht ihm. Er hat nur in zweiter Instanz, wenn man so will, sein Wohl gefallen. Er freut sich, wenn es uns wohl geht. Und er freut sich weniger, sagt die Schrift. Die Liebe freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. So, wo Liebe ist, können wir Gott einsetzen. Und so, dort freut sich Gott nicht über die Ungerechtigkeit, hat keinen Gefallen daran, aber nicht für ihn, sondern weil der Mensch sich dadurch selber wehtut. Er hat Freude aber an der Wahrheit, an dem Ausleben dessen, dass der Menschen gut geht. Wenn der Mensch den Weg richtig wandelt, dann freut sich Gott darüber und hat Wohlgefallen an diesem Leben, so wie sich ein Vater und eine Mutter verglichener Weise freut über das Wohlbefinden ihres Kindes, wenn es sich schön entwickelt, wenn es das Richtige tut. So, wichtig ist, dass wir diesen Aspekt nie vergessen, dass Sabbat wurde von Gott eingerichtet zugunsten des Menschen. Und da Christus Mensch wurde, er sich völlig mit dem Menschen identifiziert, so wurde er auch der Herr des Sabbats. Er hat ihn uns gegeben, aber wir sehen, es gibt noch einen anderen Zweck, den der Sabbat bekommt, nach dem Sündenfall. Und den wollen wir uns jetzt anschauen. Als Moses von Gott in der Wüste nochmals bevor er starb, das Gesetz den Kindern Israel in Erinnerung brachte, als ihm Gott geboten hatte, die Tafeln zu nehmen und sie wieder auf den Berg zu bringen, da schrieb Gott mit seinem eigenen Finger. Und hier finden wir nun eine andere Begründung für den Sabbat. Hier steht so Abvers 12 Halte den Sabbat Tag und heilige ihn, wie es dir der Herr dein Gott geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Rind, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Lande Ägypten und dass der Herr dein Gott dich von dort heraus geführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr dein Gott geboten, dass du den Sabbat tag halten sollst. Wenn wir in der ersten Gesetzgebung am Berg Sinai finden, dass Gott begründet das Halten des Sabbats mit der Vollendung seines Werkes als Schöpfer, so finden wir in dieser zweiten Aufschreibung des Gesetzes nun eine andere Begründung für das Halten des Sabbats und diese andere Begründung geht nach derselben wenn wir sehen werden es wird dasselbe Grundsatz verfolgt aber jetzt steht nicht mehr die Vollendung am Ende der Schöpfung sondern jetzt steht der Sabbat als Befreiung aus der Knechtschaft der Befreiung aus der Knechtschaft du warst Knecht in Ägypten und jetzt hole ich dich da raus und du bist jetzt ein freies Wesen du kannst jetzt frei deine dein Lebeleben du bist nicht mehr Knecht denn du sollst bedenken dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten dass der Herr dein Gott dich von dort heraus geführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm so der der Grund jetzt des Sabbats ist eine Befreiung und ich sollte aus Grund dessen dass ich befreit werde sicherlich auch niemand anderen unter die Knechtschaft tun deshalb sollten die Knechte und die Mägde frei sein am Sabbat von jeglicher Arbeit die sie sonst während den anderen Tagen der Woche zu tun hatten so die Befreiung aus der Knechtschaft aus Ägypten ist ein Sinnbild der Befreiung von der Sünde weil die Sünde hält uns gefangen nachdem wir gefallen sind deshalb ist dann die Folge wenn wir befreit werden von der Sünde dann kehren wir ein in die Ruhe Gottes nämlich wir sind befreit aus dem was wir gezwungen waren zu tun der Sünde Knechte zu sein so die Befreiung von der Sünde führt auch zu einer Ruhe die in Gott ist Befreiung von der Sünde führt zur Ruhe wo können wir das noch weiter sehen in der Geschichte der Welt und des Sabbats eines der interessanten Ereignisse ist doch die Kreuzigung des Herrn sie fand statt an einem Freitag und als Christus ausrief aus dem Munde am Abend des Freitags noch vor Sonnenuntergang rief er aus es ist vollbracht es ist vollbracht und dann sagt er in deine Hände übergebe ich meinen Geist und er starb und Jesus ruhte von Anbeginn des Sabbats bis zu seinem Ende und am ersten Tag der Woche noch vor Sonnenaufgang stand er aus dem Grab auf als Sieger über die Sünde als Sieger über den Tod so wir sehen auch in der Geschichte der Erlösung dass der Sabbat am Ende der Erlösung steht so als Christus das Werk der Vollendung am Menschen gemacht hatte da ruhte er am siebenten Tage in seinem Grabe war das zufällig hatte Gott die Feste so gelegt dass das zufällig oder war das Absicht noch nicht habe Gott so verstanden dass alles was er tut er mit Absicht tut gut kalkuliert weil er ja Gott ist nichts geschieht und ist dem Zufall überlassen so als Jesus ausruft es ist vollendet folgt der Sabbat und nicht bevor er im Sabbat geruht hatte steht er auf mit dem völligen Sieg als Christus auferstand war der Sieg für das ewige Leben für die Ewigkeit des Menschen besiegelt wer erlöst wird und nicht war damals nicht besiegelt aber für den Menschen jeder der in Christus lebt und mit Christus geht wurde damit das ewige Leben vollendet Christus wurde als er auferstand zu der neuen Kreatur er ist es der vom Himmel kommen wird um alle Menschen in sein Ebenbild dann zu verwandeln wenn er kommt und sie dann zu sich nimmt und sie in alle Ewigkeit sein mit ihm so am Ende der Lösung steht am Ende des Erlösungswerkes Christi steht der Sabbat und er wird vollendet und erst nachdem der Sabbat im Grabe geruht ist steht er auf und die Arbeit ist für die Erlösung dass der Teil des Werkes der auf Erden Christus machen musste war vollbracht und dieser war der entscheidende der erste Schritt für uns damit wir erlöst werden ich denke das ist wichtig dass wir verstehen dass das Sabbat nach dem Sündenfall in seiner Bedeutung zunimmt er verliert nicht die Bedeutung der Erinnerung dass wir Geschöpfe sind aber er bekommt eine zusätzliche schwere in der ganzen Sache nämlich jetzt will Gott den Menschen wiederherstellen jetzt will er ihn wieder vollenden und siehe da bei der Vollendung des Menschen steht der Sabbat wieder am Ende der Vollendung ich bin immer wieder fasziniert von der Art und Weise wie Gott Dinge tut ich möchte das noch ein bisschen mit dem menschlichen Körper vergleichen ihr wisst in der Bibel ich verwende das als dass wir sehen dass wenn Gott etwas tut er das sehr geschickt und sehr kalkuliert tut in der Heiligen Schrift finden wir wie nirgendwo dass die Zahl 12 eine besondere Zahl ist die Zahl 12 ist finden wir überall als sehr wichtig als Gott die Erde schuf als den ersten Tag ins Leben rief gab er ihm 12 Stunden und die Nacht 12 Stunden so war aus einem Abend und Morgen ein 24 Stunden Tag entwickelt 12 und 12 dann gab er den Menschen dass das Jahr 12 Monate haben sollte die 12 finden wir dann in den unterschiedlichen Gesetzen äh im Tempel dieses Fass auf dem sich die Priester waschen mussten waren 12 Stiere waren wo er wo sie drauf standen die Zahl 12 war die 12 Stämme die er sich aussuchte und die 12 Apostel die er sich aussuchte und im Himmel in Jerusalem werden 12 Tore sein der Stadt und die haben 12 mal 12 144 Ellen die Stadt die die Stadt umrundet und so finden wir die Zahl 12 immer wieder wie eine rote Schnur durchgehen durch ein gewisses Prinzip Gottes und wenn jemand Medizin studiert und sich die den menschlichen Aufbau kennt dann findet sich die Zahl 12 auch im menschlichen Wesen als etwas hervorragendes wir haben zwei Hirnrinden die getrennt sind voneinander und aus jeder Hirnrinde kommen 12 Hirnnerven hervor es sind nicht 11 und es sind nicht 13 auf jeder Seite haben wir 12 Hirnnerven 12 und 12 macht 24 wir haben auf jeder Seite 12 Rippen wir haben eine Wirbelsäule die aus 24 Wirbeln 12 und 12 besteht Wir haben viele Dinge die wir im Menschen sehen dass die Zahl 12 nicht eine zufällige ist so wenn Gott etwas tut dann macht er das mit einer unheimlichen Handschrift so unheimlich meine ich mit einer deutlichen Handschrift wo wir das Werk durchgehend sehen können die Grundsätze die Grundsätze wenn man den Aufbau des Menschen sieht und den Aufbau des reiches Gottes dann kann man nicht anders als sagen naja da ist doch irgendwo etwas das gleich aussieht wenn ich 12 Apostel habe und 12 12 Stämme dann hat das einen Sinn dass wenn die rechte Hirnhälfte und die linke jeweils 12 Hirnnerven hat so macht das Sinn dass 12 und 12 wenn man das sich da ein bisschen vertieft kann man sehen dass Gott alles mit großer Sorgfalt und Feinheit gemacht hat und so hat er das auch mit seinem Gesetz und mit dem Sabbat gemacht er geht so wie ein roter Faden vom Beginn der Schöpfung des Menschen er fällt aber Gott erhält den Sabbat und die sieben Tage Woche bleibt bestehen er sagt ja es ist wichtig jede sieben Tage am Sabbat den ich zur Seite getan haben zu ruhen ein anderes ein anderes Werk zu tun wie das andere und jetzt kommt der Sündenfall und Gott übernimmt das und sagt okay und jetzt machen wir den Sabbat so einstellen dass er wiederum am Ende steht wenn das ganze Werk vollendet ist und wir sehen im Leben Jesu in der ersten Periode seines in der ersten Arbeit die er tut bis er schreit es ist vollendet finden wir das wo er das sagt und wo er dann später am Sonntag aufsteht dass er darüber im Sabbat ruht der Sabbat kommt am Ende der Vollendung der ersten Teils des Erlösungswerks aber Gott schreit noch einmal im Himmel in Offenbarung finden wir dass vom Himmel und vom Throne Gottes eine große Stimme ausgeht und sie sagt es ist geschehen es ist vollbracht und jetzt wollen wir uns anschauen wir die wir am Ende dieser Zeit leben welches ist die Ursache welches der Zweck der Sinn des Sabbats in uns und bei uns und hier wird es natürlich hochinteressant und und hoch schön wenn ich es so ausdrücken will wie Gott das tut ich als Student des Hebräerbriefes habe ich in ihm Dinge gefunden die mich faszinieren und der Hebräerbrief je deutlicher ihn studiert und je besser er mir vor Augen klar wird so ist er der Brief der von Gott geschrieben ist für die letzten Zeiten und es wird genommen genau das Beispiel der Israeliten wie sie durch die Wüste gingen und nicht eingingen in die Ruhe des Herrn wir finden das im Kapitel 2 Kapitel 4 im Hebräerbrief und ich lese das Abvers 4 Abvers 1 Kapitel 4 Vers 1 So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt dass er zurückgeblieben ist während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden gleich wie jenen aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war denn wir die wir gläubig geworden sind gehen in die Ruhe ein wie er gesagt hat dass ich schwor in meinem Zorn sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt und er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken und an dieser Stelle wiederum sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen dann nur noch vorhalt vorbehalten bleibt dass etliche in sie eingehen sollen und die welche zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind so bestimmt er wiederum einen Tag ein heute indem ihr nach indem er nach so langer Zeit durch David sagt was er gesagt worden ist heute wenn ihr seine Stimme hört so verstockt eure Herzen nicht denn wenn Joshua sie zur Ruhe gebracht hätte so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorhanden vorbehalten denn wer in seine Ruhe eingegangen ist der ruht auch selbst von seinen Werken gleich wie Gott von den seinen so wollen wir denn eifrig bestrebt sein in jene Ruhe einzugehen damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt so um das kurz zusammen zu fassen der Mensch braucht eine Ruhe er kommt in diese Ruhe hinein nur durch den Glauben es ist die Ruhe es ist die Befreiung von der Knechtschaft der Sünde und die alten Israeliten sind nicht befreit worden von der Knechtschaft der Sünde weil sie nicht geglaubt haben weil sie Gott nicht durch den Glauben gehorsam war und jetzt schreibt der Hebräerbrief diesen Brief an die letzten Menschen auf dieser Welt und er schreibt ihn so deutlich und sagt ihr dürft das jetzt nicht verpassen weil jetzt geht es um alles ihr müsst jetzt schauen dass ihr eifer seid und bestrebt damit ihr nicht in ein gleiches Beispiel des Unglaubens und zu Fall kommt so jetzt geht es um die Beendigung des Erlösungsplan jetzt geht es darum dass ein Volk entsteht das vollendet ist und der Hebräerbrief schreibt von dieser Vollendung und er endet weil ich ja das schon häufig gesagt habe aber am Schluss hier noch einmal weil wir sehen wo der Hebräerbrief endet im Vers 20 in Kapitel 13 ich lese auch noch 19 umso mehr aber ermahne ich euch dass dies zu tun damit ich euch desto schneller wieder geschenkt werde der Gott des Friedens aber der unseren Herrn Jesus aus den Toten aufgeführt hat den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk damit ihr seinen Willen tut indem er in euch das wirkt was für ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit so völlig ausristen heißt bedeutet vollendet werden vollendet werden es geht nämlich nach dem Sündenfall um die Vollendung des Menschen die Wiederherstellung und jetzt wird das Sabbat das Zeichen der Wiederherstellung und wo steht er wieder er steht wieder am Ende wir finden in der Prophetie dass es am Ende ein Mahlzeichen des Tieres gibt und ein Siegel Gottes und wir finden in Offenbarung die Kategorie von Menschen die das Siegel Gottes tragen auf ihren Stirn es ist der Name Gottes geschrieben Offenbarung 14 Vers 1 und wir finden auf der anderen Seite die Menschen die das Mahlzeichen des Tieres haben ein Stirn und eine Hand und wie sie von den Plagen die kommen werden auf diese Erde geplagt werden wir finden diese zwei Kategorien von Menschen wir finden die Vollendung und die Vollendung ist wieder und wird beendet mit einem Sabbat mit einem Sabbat deshalb wird am Ende und in unseren Tagen wenn das Volk Gottes nicht vorher wenn das Volk Gottes vollendet sein wird wenn der Mensch wiederhergestellt worden ist in seiner Freiheit von der Sünde dann wird ihm ein Siegel aufgedrückt und dieser Siegel heißt Sabbat und am Sabbat werden sich an dieser Institution wird der letzte Kampf zwischen Gott und den Menschen sich abspielen der Sabbat wird dann gegeben werden dann kommt das Sonntagsgesetz dann kommen das was alles wir aus der Prophetie kennen dann kommt es erst zur Erfüllung deshalb Bestrebungen waren schon vor mehr als 100 Jahren in den USA ja sogar ja mehr als 100 Jahren dass man den Sonntag einführt als Tag und gezungen wird ihn zu halten als Ruhetag aber das Volk Gottes hat damals die Botschaft der Rechtfertigung durch den Glauben nicht erkannt nicht angenommen der Unglaube hat Gott dazu gebracht dass er das Werk nicht vollenden kommt und so wandern wir durch die Wüste im übertragenen Sinne so wie damals das Volk Israel und Gott kann aber diesmal nicht die Tore nach Kanan öffnen bis er nicht ein Volk hat dem er sein Siegel aufdrücken kann deshalb wird der Sabbat heute ist er nicht eine Sache der Auseinandersetzung zwischen wahren Christen und nicht wahren Christen aber er wird zum Zeichen werden an ihm werden sich alle Menschen entscheiden ob sie Gott treu sind oder untreu und alle die den Sabbat bisher nicht erkannt haben sondern in ihrer Blindheit noch nicht gesehen dass er verbindlich ist und dass er die Vollendung des Werkes der Erlösung bedeutet die werden es dann erkennen und werden sich dann auf die Seite derer tun die mit dem Siegel Gottes ausgestattet sind die den Sabbatag haben weil sie jetzt vollendet sind und so werden die letzten sieben Plagen die letzte Zeitperiode dieser Weltgeschichte unter einem Stempel stehen unter dem Stempel des Sabbats sein Volk ist wiederhergestellt und so drückt ihnen Jesus so drückt ihnen Gott das was einmal Vollendung der Schöpfung war das Siegel der Vollendung der Befreiung von der Sünde deshalb spricht die Prophetie von einem Mahlzeichen des Tieres und von einem Siegel Gottes das Mahlzeichen des Tieres ist der Sonntag und die Forcierung ihn zu halten und der Sabbat ist das Siegel Gottes er steht nicht nur dass man den Sabbat hält sondern er steht für die Vollendung einer völligen Befreiung des Menschen aus der Macht seines Ichs aus der Macht des Bösen er ist wiederhergestellt und er trägt auf seinen Stirn in seinem Charakter Gottes Ebenbild so wenn wir das verstehen das den Sinn und Zweck des Sabbats ausmacht dann denke ich würde bei uns ein neues Blick ein neuer Blick werden ich habe jetzt keine Zeit mehr über das zu sprechen was wir am Sabbat tun und nicht tun aber ich möchte mit einem Bibeltext enden den Gott gesprochen hat durch den Propheten Hesekiel und dieser Prophet Hesekiel schreibt das in seinem Kapitel 20 da spricht Gott durch ihn und er gibt uns hier den Grund des Sabbatags Vers 12 ich gab ihnen auch meine Sabbate die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen damit sie erkennen sollten dass ich der Herr es bin der sie heiligt das heißt das Werk der Heiligung das Werk der Befreiung von Sünde ist ein Werk der Kooperation ist ein Werk der Mitarbeit zwischen Gott und den Menschen Gott kann es ohne uns nicht tun und wir nicht ohne Gott und der Sabbat ist ein Zeichen dafür dass es ein Kooperationswerk ist wir werden nur befreit aus der Knechtschaft der Sünde wenn wir durch den Glauben mit Gott zusammen arbeiten lasst uns kurz wiederholen um das in unseren Köpfen klar zu machen der Sabbat steht am Ende einer Arbeitszeit Gottes am Anfang hat er die Werk die Welt gemacht einen vollkommenen Menschen und er drückt den Stempel dieser Welt auf indem er sagt dieses soll auch ein Erinnerungszeichen sein an meine Arbeit an euch und für euch und ihr sollt teilhaben an dieser Arbeit indem ihr diesen Sabbat mit feiert dieser Tag da war der Mensch schon da und alle Tiere alles war vorhanden als Gott mit der ganzen Schöpfung den Sabbat der Schöpfung aufdrückt als Siegel als Vollendung jetzt fällt der Mensch in Sünde nicht nach Gottes Plan aber Gott hat einen Plan der Lösung geschaffen und in diesem Plan der Lösung spielt wiederum sein Gesetz und der Sabbat eine wesentliche Rolle er ist wiederum das Siegel des Beendens im Leben Jesu steht der Sabbat im Mittelpunkt des der Arbeit des Heilens des Vollendens wir haben jetzt nicht die Zeit gehabt uns einzuschauen wie Jesus den Sabbat gehalten hat dass er ihn benutzt hatte zu heilen zur Wiederherstellung aber als er starb am Kreuz dann schreit er aus es ist vollbracht und er ruht und er steht wieder auf am ersten Tag der Woche noch vor Sonnenaufgang und er hat den völligen Sieg der Sabbat steht auch hier am Ende und in der Prophetie dieser Weltgeschichte steht der Sabbat noch einmal am Ende am Ende der Wiederherstellung des Menschen damals am Kreuz hat Christus in sich selbst den Menschen wiederhergestellt und durch die Neugeburt durch die die Neugeburt durch die Auferstehung wurde er zum neuen Wesen zum Geist der da lebendig macht wie in 1. Korinther 15 beschreibt das war der neue Mensch aber wir waren damals ja noch nicht neu die Menschheit war noch nicht wiederhergestellt Gott hat sich ein Ziel gesetzt eine gewisse Anzahl von Menschen zu vollenden und das sind die 144.000 diese müssen vollendet werden sie müssen versiegelt werden ihre Zahl ist 12 mal 12.000 nicht durch Zufall nicht durch etwas anderes oder mit irgendeiner Symbolik klar zu machen es ist der Plan Gottes aus jedem Charakter seines Volkes aus den zwölf Stämmen braucht er 12.000 Prototypen er braucht 12.000 Menschen aus jedem Stamm aus denen er seinen Charakter wiederherstellt und wenn das wiederhergestellt ist durch den Glauben wenn der Sieg über die Sünde vollbracht ist dann folgt das Mahlzeichen des Tieres versus das Siegel Gottes daran können dann alle Menschen die von Gott bis dahin noch nicht endgültig was gehört haben die ihre Entscheidung noch nicht getroffen haben daran treffen jetzt hat Gott Menschen die vollendet sind und an ihnen gibt es noch einmal ein letztes Lichtstrahl an ihnen entscheidet sich der endgültige und letzte Kampf den es auf dieser Erde gibt der Sabbat steht wiederum am Ende am Ende der Wiederherstellung der Schöpfung Gottes dieser Zweck des Sabbats ist den wir verstehen sollten wir sollten wissen der Sabbat ist ein Tag an dem wir wiederhergestellt werden sollen oder ist ein Zeichen ist ein ein Zeichen dass wir ein heiliges Volk werden müssen ich bin der Herr der euch heiligt ein Volk ohne Sünde solange wir aber sagen wir können ohne Sünde nicht leben sind wir nicht wirkliche Sabbathalter auch wenn wir vorgeben wenn wir den siebten Tag als Ruhetag halten wir haben den Sinn nicht verstanden dass der Sabbat das Zeichen der Vollendung der Befreiung von der Sünde ist aus einem lieblosen egoistischen Menschen schafft Gott einen neuen Menschen der wieder lieben kann ihn nach dem Ebenbilder Gottes und der Sabbat ist das Zeichen dass es möglich ist und dass es möglich sein wird er ist der Hoffnung der Hoffnungsträger dass er aufgedrückt wird auf eine jede Stirn die die Vollendung in diesen Lebtagen erfährt ich möchte den Siegel Gottes das Siegel Gottes eines Tages auf meiner Stirn geschrieben stehen ich möchte dass der Sabbat mich Woche für Woche erinnert an mein Ziel der endgültigen Befreiung ich möchte Sabbat halten mit dem Eifer das Ziel zu erreichen was Gott sich mit dem Menschen gestellt hat ihn zu heiligen ihn zu befreien ihn fertig zu machen wieder bereit für den Himmel für die himmlischen Höfe für eine ungetrübte Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes das ist der Sabbat möchtest du ihn auch im Sinne Gottes halten und feiern willst du erkennen dass du nur dann ein Sabbathalter wirklich bist wenn du der Vollkommenheit nachstrebst einzugehen wie der Hebräer sagt in Gottes Ruhe weil wenn du nicht eingehst in Gottes Ruhe dann kannst du halten was du willst du kannst dich an welche Sache auch immer halten solange der Satan einen Knopf drückst und du sündigst und du zerstörst dich selbst solange du in Gefangenschaft bist hast du kannst du nicht das den Sabbat so verstanden haben wie er gegeben wird so lasst uns darüber nachdenken wenn wir jede Woche den Sabbat feiern dass er ein Zeichen ist ein Hoffnungsschimmer ja es wird möglich sein durch den Glauben können wir eingehen in die Ruhe der Sabbat verheißt es uns Jesus ist am Sabbat in seine Ruhe eingegangen wir werden es auch wenn wir des Glaubens sind und wenn wir schnurstracks nach vorne gehen Amen mit dem 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 dem